Hallo, Marius Ebert hier. In diesem Video geht es um den Restauranteister und die Restauranteisterin natürlich, IHK. Und die Frage, die wir uns in diesem Video stellen, ist, was ist der beste Weg oder wo ist der beste Weg? Also das ist die Frage hier. Und jetzt müssen wir erst mal klären, was ist denn der beste Weg überhaupt? Die Leute sagen immer das Beste und wissen gar nicht, was das Beste bedeutet. Was ist denn das Beste? Ist es das Billigste oder der Seminaranbieter, der am nächsten zum Wohnort liegt? Ja, das ist ja oft für viele ein Kriterium. Schwachsinniges Kriterium übrigens. Aber was ist Beste hier? Und meine Antwort ist integrierbar. Das ist die Frage, was bedeutet das jetzt wieder? Integrierbar bedeutet am besten in Ihr Leben einfügbar, einbaubar, integrierbar in Ihr Leben. Warum? Wir sind hier beim Restaurantmeister, das heißt, wir sind im Bereich der Fortbildungen. Das heißt, diese Abschlüsse, IHK-Abschlüsse, richten sich an Leute, die im Berufsleben stehen und Praxiserfahrung haben. Sonst hätten Sie die Zugangsvoraussetzung ja nicht. Das zentrale, verbindende Element, der, so wie ich sehe, aller oder zumindest der meisten Zugangsvoraussetzung ist, dass man Praxiserfahrung braucht. Das heißt, Sie haben ein Leben. Sie haben einen Beruf, Sie haben eine Familie, Sie haben Hobbys, Sie haben Freunde, Sie haben was weiß ich. Ja, also ein Leben. Und dieses Leben ist in der Regel sehr voll. Und deswegen muss eine solche Fortbildung integrierbar sein in Ihr Leben. Die Alternative wäre, dass Sie Ihr Leben komplett umkrempeln. Und das funktioniert nicht. Das kann ich Ihnen sagen, aus Beobachtungen von über 17 Jahren, das funktioniert nicht. Dann brechen Sie auf diesem Weg ab oder zusammen. Das habe ich auch schon erlebt. Also, Restaurantmeister, Restaurantmeisterin, IHK. Ich habe vier Wege im Laufe meiner Praxiserfahrung ausmachen können. Vier Wege. Der erste Weg ist das Selbststudium. Und das ist eher ein theoretischer Weg. Warum erwähne ich ihn hier trotzdem? Um deutlich zu machen, dass Sie zumindest theoretisch im Selbststudium zur Prüfung sich vorbereiten können. Denn die Zugangsvoraussetzungen beziehen sich nicht auf Inhalte, sondern auf Form. Das heißt, zumindest rein theoretisch können sich alles Lernmaterial besorgen, Bücher, Skripte, Mitschriften, Hörbücher, was immer. Können zu Hause sich den Stoff erarbeiten, mit alten Prüfungen üben und dann sich zur Prüfung anmelden und die Prüfung bestehen. Das geht theoretisch. Die Menschen, die das schaffen, sind außerordentlich dünn gesät oder 10.000 vielleicht einer. Ja, warum? Sie scheitern in der Regel an zwei Dingen. Sie scheitern einmal an der Selektion. Bücher gibt es in der Regel eine Menge. Schauen Sie mal bei Amazon. Da finden Sie in der Regel nicht ein Buch, nicht zwei, sondern sieben, acht, neun. Was ist hier relevant? Sollen sich die alle kaufen? Wenn Sie die alle haben, müssen Sie innerhalb der Bücher selektieren. Also die Auswahl des Relevanten. Diese Entscheidung können Sie im Grunde erst treffen, wenn Sie bereits am Ziel sind. Also wenn Sie Restaurantmeister sind, dann wissen Sie, was wirklich relevant war. Und auch nur in Ihrem Fall, denn die nächste Prüfung zum nächsten Termin kann ja schon wieder ein klein bisschen anders aussehen. Und das Zweite ist die Aufbereitung. Denn ein Buch kaufen heißt ja noch lange nicht, die Inhalte zu können, sondern Sie müssen ja mit diesem Buch arbeiten. Sie müssen sich den Lernstoff aufbereiten. Die wenigsten Bücher, gerade hier, Lehrbücher, sind lesbar. Also Sie müssen das aufbereiten. Deswegen ist das ein theoretischer Weg. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber die Ausnahmen sind sehr dünn gesät. Das nächste ist der Fernlehrgang. Hier, das ist auch im Grunde ein Ausnahmeweg, der allerdings sehr intensiv beworben wird. Ich glaube, von den vier Wegen, die ich Ihnen hier zeige, ist das der Weg, der am meisten beworben wird. Das heißt aber nicht, dass es der beste Weg ist, sondern dass hier am meisten Geld für Werbung ausgegeben wird. Nach meiner Einschätzung sind es maximal 5% der Menschen, für denen dieser Weg geeignet ist. Für 95% ist dieser Weg überhaupt nicht geeignet. Warum? Um zu diesen 5% zu zählen, prüfen Sie sich bitte ehrlich und prüfen Sie, ob Sie eine extrem hohe Frustrationstoleranz und eine extrem hohe Selbstdisziplin haben. Wenn Sie beides bejahen, okay, dann ist das vielleicht ein Weg. Wenn nicht, und seien Sie bitte ehrlich, dann ist das kein für Sie geeigneter Weg. Es sieht auf den Werbeplakaten, die man ja nun sehr oft sieht, immer ganz toll aus. Da sind glückliche Menschen und sie verdanken ihr Lebensglück diesem Fernlehrgang und diesem Institut. Die Realität sieht anders aus. Die Realität sieht so aus, dass sie da frustriert in ihrem Kämmerlein sitzen mit ungenießbaren Unterlagen. Auch hier ist die Aufbereitung katastrophal in vielen Fällen und zu einem guten Teil sind diese Unterlagen auch total veraltet. Ich habe da schon erschreckende Beispiele erlebt. Also prüfen Sie bitte genau, ob das für Sie was ist. Dann kommt das Seminar. Und das ist von den bisher erwähnten Wegen zunächst mal der beste Weg. Und ich habe es auch viele Jahre lang, habe ich es angeboten. Seminar, und zwar die effizienteste Form aus Sicht der Teilnehmer, lerneffizienteste Form, waren immer Blöcke. Sagen wir fünf Tage, dann dazwischen Pause in Gänsefüßchen, dann nochmal fünf Tage, so ungefähr. Ja, also Blockunterricht. Nur diese Blöcke waren immer schwerer integrierbar für unsere Teilnehmer in ihr Leben. Das funktionierte immer weniger. Jetzt war die Entscheidung, gehen wir wieder zurück zu Samstagsunterricht, was ich auch mal gemacht habe vor, weiß ich nicht wie viele Jahren. Ja, Samstag, 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 Samstag oder so etwas. Da habe ich gesagt, nein, das machen wir nicht, wir müssen einen neuen Weg entwickeln. Das habe ich getan. Und dieser Weg heißt Video Coachings. Und so ganz neu ist der Weg nun auch wieder nicht, denn ich habe dieses ausgefeilte Lernmaterial aus den Seminaren verwendet und auf Video gebracht. Aber nicht etwa die Seminare abgefilmt, sondern das Lernsystem umgesetzt auf Video. Und das funktioniert hervorragend, das darf ich sagen, aus Sicht der Teilnehmer. Ja, schauen Sie mal auf die Referenzen in meinem Shop, das ist schon teilweise sehr berührend, welche Erfolge die Teilnehmer mit diesen Video Coachings erzielen. Und da haben Sie diese Lektion, die Sie hier beim Selbststudium nicht haben und selber machen müssen und da haben Sie die Aufbereitung. Ja, Sie haben eine clevere Kombination zwischen Video und begleitendem Skriptmaterial und das funktioniert sehr gut und Sie können ein Coaching dazu buchen. Dieser Coach dient dann eher der Motivation, denn man muss es ja nun immer noch machen. Ein Produkt kaufen, das gilt auch hier, heißt noch lang nicht die Inhalte können. Und der Coach, wenn man ihn braucht, dient auch hier der Motivation weniger der inhaltlichen Klärung, obwohl er auch das natürlich machen kann. Aber in der Regel braucht es das nicht. Inhaltliche Fragen kommen hier sehr, sehr selten, um nicht zu sagen, fast gar nicht. Ja, also das ist im Moment der beste Weg, den ich empfehlen kann. Ob das die Antwort für alle Zeiten ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber im Moment ist das der beste Weg im Sinne von Integrierbarkeit in Ihr Leben. Denn hier haben Sie tatsächlich die Vorteile, von denen die Fernlehrgangsinstitute immer nur reden. Ja, hier können Sie tatsächlich nach freier Zeiteinteilung lernen. Ja, aber hier lernen Sie wirklich was und quälen sich nicht mit irgendwelchen Unterlagen. Und Sie können hier tatsächlich das Lerntempo selber bestimmen. Sie können die Fortschritte machen. Und hier machen Sie tatsächlich die Fortschritte, während anderswo da immer nur von viel geredet wird. Wenn Sie das weiter interessiert, dann klicken Sie doch mal auf den Link unter diesem Video. Denn hier geht es ja um den Restaurantmeister. Hier kann ich Ihnen natürlich, was das eigentliche Restaurant angeht, nicht helfen. Da bin ich nicht kompetent. Aber was die betriebswirtschaftlichen Module angeht, da bin ich kompetent und da kann ich Ihnen helfen. Also klicken Sie auf den Link unter dem Video. Alles Gute, Marius Ebert. Und hier geht es ja um den Link unter dem Video.